Hi Leute! Thema heute ist mal Freiheit. Und zwar, wie du absolute Freiheit erlangst, wie du wirklich wieder in den Moment kommst, wie du Freiheit erlangst über den Moment, über dein Tun, über alles, was du machen möchtest. Unabhängigkeit. Und zwar als ersten Punkt. Freiheit ist dein Geburtsrecht. Jedes Tier wird frei geboren. Du bist immer frei. Du kannst immer frei entscheiden, was du machen möchtest. Und du musst nur wirklich hundertprozentig in deiner Eigenart leben. Und nicht probieren, irgendwie es anderen Leuten recht zu machen. Du wirst es anderen Leuten nie recht machen können. Die Leute, die dich nicht mögen, werden dich so oder so nicht mögen. Die Leute, die dich mögen, werden dich auch so mögen. Und die Leute, die dich nur gemocht haben, weil du dich verstellt hast, sind es nicht wert, um sich zu verstellen. Und wir, der Mensch, ist das intelligenteste Tier auf der Welt. Und wir sollten das einzige Lebewesen sein hier, dass ich seine Existenz, seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Jedes Tier auf der Welt muss sich um nichts kümmern, kann einfach alles erfahren hier in dieser Welt und macht halt das, was es möchte, wofür es geboren wurde. Die Welt erfahren mit dem Sinn, mit dem, was ihm gegeben ist, mit diesem Körper. Und der Mensch soll das einzige Lebewesen sein, dass sie sich das irgendwie verdienen muss. Dass ich irgendwie das arbeiten muss, damit sie überhaupt mal irgendwas machen kann. Die meisten Menschen haben nie wirklich gelebt. Sie leben in ihrer Kindheit, dann fangen sie an zu arbeiten. Und dann ist es einfach nur ein Trott. Es ist immer eine Ablenkung von irgendeinem äußeren Reiz zum nächsten. Aber nie wirklich im Moment. Immer in 10 Jahren kaufe ich mir das Auto, in 20 Jahren habe ich ein Haus und Kinder. Weil das gesellschaftliche Wünsche sind. Wünschst du dir wirklich ein Auto? Wünschst du dir wirklich ein Haus? Okay, wenn du es dir wünschst, dann ist es in Ordnung. Aber wenn du es dir nicht wünschst, dann ist es... Du musst das finden, was für dich richtig ist. Egal, was die anderen Leute denken. Völlig egal. Und zwar, wie gesagt, alle Lebewesen sind frei. Freiheit ist dein Geburtsrecht. Du musst nur wieder realisieren, wieder erkennen, dass du völlig frei bist. Du musst gar nichts machen. Du musst einfach die Welt hier erfahren und kannst da sein. Wenn du... Du musst nicht arbeiten. Kein Vogel muss erstmal zur Arbeit gehen, damit es sich verdienen kann, irgendwo durch den Himmel zu fliegen. Was für ein Irrglaube. Wir sind das intelligenteste Lebewesen. Die Krone der Schöpfung. Und sollen dann irgendwie das einzige Lebewesen sein, das sich irgendwie seine Existenz verdienen müsste? Ich weiß nicht. Zweiter Punkt. Du musst einfach schaffen, aus deinem Verstand rauszukommen. Du musst aufhören, dich mit deinem Verstand zu identifizieren. Du bist nicht dein Verstand. Probier zum Beispiel mal eine ganz einfache Übung. Probier mal, deine Gedanken zu beobachten. Das, was du gerade denkst, das denkt ja meistens in jedem Menschen ununterbrochen irgendeinen Quatsch. So, was fliegt denn da drüben, was auch immer. Du denkst immer irgendeinen Quatsch. Probier deine Gedanken mal in der Sprechblase bildlich über deinen Kopf erscheinen zu lassen und dann beobacht es. Wieso kannst du deine Gedanken beobachten? Wer bist du dann eigentlich? Wieso kannst du dich selber beim Sprechen beobachten? Und man muss einfach aufhören, sich mit seinem Verstand zu identifizieren. Der Verstand ist ein Instrument und wir müssen einfach wieder lernen, nicht der Sklave von unserem Verstand zu sein, sondern unseren Verstand zu benutzen, wenn wir möchten. Wir schalten an, wenn wir möchten, ansonsten ist er abgeschalten und wir sind einfach völlig in der Erfahrung drin. Du kannst die Sachen erfahren, du kannst sie anfassen und dabei denkst du nichts. Ohne zu urteilen schaust du die Dinge an, sobald wir mal denken. Das ist einfach nur ein Instrument. Wir sollten der Meister über unseren Verstand sein und nicht ein Sklave von unserem Verstand. Bei den meisten Leuten ist es so, dass der Verstand ständig an ist, ständig rennt. Oder, chinesisches Sprichwort, fragt der eine seinen Meister und sagt, Meister, wie schaffst du es einfach in einen Moment zu kommen? Wie schaffst du es, Freiheit zu leben? Er sagt, wenn ich müde bin, dann schlafe ich. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich. Er sagt, das machen doch die meisten Leute. Er sagt, nee, das macht eigentlich keiner. Die meisten Leute denken immer an irgendwas anderes. Wenn sie essen, denken sie, nachher muss ich noch ins Bett gehen, muss noch das machen vorher und so weiter. Man muss aufhören, der Sklave von seinem Verstand zu sein. Und das schafft man durch Meditation, durch Beobachtung von seinem Geist, über tägliche Übungen. Und da gibt es so viele Sachen, Arten, Techniken und so weiter. Man muss sich da einfach mal informieren. Und einfach lernen, wieder Kontrolle über seinen Verstand zu haben und seinen Verstand als Instrument zu benutzen. Als Instrument und mehr ist er nicht. Er ist ein super Instrument, aber im Moment sind wir der Sklave von unserem Verstand und nicht der Meister über unseren Verstand. Und wir benutzen unseren Verstand einfach nicht, wenn wir das wollen, sondern unser Verstand benutzt uns und wir identifizieren uns auch noch über diesen Verstand. Und da muss man wieder rauskommen. Der dritte Punkt, um absolute Freiheit zu langen, ist einfach Zeit als Illusion zu erkennen. Zeit, die Maya haben es schon gesagt, Zeit ist einfach nur, die Zukunft wird nie kommen. Es ist immer nur der jetzige Moment. Und der Verstand hängt immer nur in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Die Dinge, die passiert sind, sind passiert. Und sie entstehen aus dem jetzigen Moment. Und wenn mein jetziger Moment gut war, wenn ich den genossen habe, dann ist meine Vergangenheit auch gut. Weil meine Vergangenheit aus dem jetzigen Moment besteht. Vergangenheit und Zukunft sind einfach nur Täuscher. Es gibt nur hier und jetzt. Das ist einfach so ein wichtiger Punkt. Man muss wirklich lernen, in den Moment zu kommen und das einfach zu erkennen. Was bringt mir ein Leben, wenn ich es nie wirklich gelebt habe, wenn ich nie im Moment war und es nicht genossen habe? Ich denke, also bin ich, ist ein sehr irrtümlicher Spruch. Es ist eher genau umgekehrt. Ich denke nicht, also bin ich. Immer wenn du nicht gedacht hast, dass du völlig im Moment warst, irgendwo beim Bungee Jumping, beim Sprung, du schaltest den Verstand aus, du bist völlig in der Erfahrung, du erfährst einfach und wertest nichts. Wenn du irgendwo aus dem Flugzeug rausspringst, da denkt dein Verstand nichts mehr. Du nimmst es einfach wahr, du spürst das Adrenalin, du hast die Gefühle und so weiter. Es ist, ja, da kommt man wieder im Moment rein. Deswegen gibt es auch die ganzen Adrenalin-Junkies, die irgendwo sich immer den neuesten Kick suchen, weil sie dadurch in den Moment kommen, dadurch wieder Leben spüren und es sonst einfach nicht. Es bringt mir das, Tag ein, Tag aus dasselbe zu machen. Dazu ist das Leben nicht da. Ich mache jeden Tag, was mir Spaß macht, eine neue Erfahrung. Und, ja, wir müssen einfach kennen, dass du von Geburt an frei bist. Wir sind das intelligenteste Lebewesen. Wieso sollten wir das einzige Lebewesen sein, das sich seine Existenz verdienen müsste? Wieso? Dann sind wir wohl nicht so intelligent. Peace, Leute. Macht's gut. Ciao. Was ihr auch mal machen solltet, fliegt mal in die Tropen. Frische Kokosnüsse fallen direkt neben dir, einfach auf dem Boden am Strand. Haust sie irgendwo gegen den Stein, haust sie dir auf, trinkst das frische Kokoswasser jeden Tag, das ganze Jahr über. Papayas, Mangos, überall an den Bäumen. Musst nur hingreifen, sie dir nehmen. Das war's. Das ist alles. Mehr musst du nicht machen. Alles ist im Überfluss da. Freiheit ist unser Geburtsrecht. Wir sind das intelligenteste Lebewesen. Krone der Schöpfung. Also lebt nicht in so einem Irrglaub, dass wir uns unsere Existenz verdienen müssten. Peace. Doe. Deine Lamberin. Bis zum nächsten Mal.